Musik Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auf das Herzlichste begrüßen bei der Sendung Lampenfieber aus der MUK Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Und mein erster Gast ist ein Lehrer, ein Professor Wolfgang Dosch, Operettenfreunde kennen ihn auf jeden Fall. Und wir wollen ein bisschen reinschauen, eine seiner letzten Arbeiten war ja die Königin der Operetten. Er hat die Fledermaus inszeniert mit jungen Studenten. Schauen wir uns das an. Musik Wolfgang Dosch bereitet die Bühne vor. Alles muss am richtigen Platz stehen. Schließlich geht es um die Fledermaus, die altehrwürdige Operette von Johann Strauß. Musik Vor der Generalprobe gibt es viel zu tun. Aber muss man als Regisseur wirklich alles selbst machen? Teils, teils. Wir sind mehr oder weniger ein Ein-Mann-Betrieb. Aber ihr seid zu früh. Insofern, die Studenten bauen schon auch auf und um. Die Fledermaus wird in zwei Tagen Premiere haben. Hier im Theater an der Gumpendorfer Straße. Musik Aufgeführt wird die Operette von Studierenden der Musik- und Kunst Privatuniversität. Sie können ihren Auftritt in der Fledermaus kaum erwarten. Musik Das war einmal mein Traum. Es ist in Erfüllung geworden. Ich kann nicht warten. Wirklich. Musik Wir haben so viel geprobt und es ist so ein Stück. Und das habe ich nie gedacht, dass ich Beatement mit 23 Eisenschein singe. Musik Steht er. Musik Rattertrund Wolfgang Dosch ist Leiter des einjährigen Operettenlehrgangs an der MUC und Regisseur dieser Abschlussarbeit. Lachen, 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 lachen. Bei den Proben verlangt er von seinen Schützlingen alles. Panik in den Augen. Applaus Applaus Nein, Adele, nein. Ihr müsst dran denken, dass andere Leute mit euch spielen müssen. Auftakte bauen. Herr Gott, früh umsetzt. Also heute ist es so, als wäre es schon eine Vorstellung. Gott sei Dank ist es noch keine. Ich meine, Dialoge sind für Sänger schon eine Hürde, auch wenn sie deutschsprachig sind. Gelegenheiten zum Scheitern gibt es viele. Vor, und wenn du jetzt noch das nicht in deiner Muttersprache tust, eine große Herausforderung, Hochachtung vor den Studierenden, dass sie das auf sich nehmen. Bei der Operette muss man sehr gut Deutsch sprechen. Ich übe das jeden Tag. Meine E, L und meine H, weil alle Russen und aus der Ukraine Leute, die alle machen, dass ich selber fehle. Aber wir schaffen es. Für Jantus Filareto liegt das Problem weniger in der Sprache. Der in Südafrika geborene Sänger lebt schon seit 2012 in Österreich. Und mit Deutsch hat er keine allzu großen Schwierigkeiten mehr. Die Herausforderung für Jantus ist seine Doppelrolle. Er spielt wechselweise einen nervösen Anwalt und einen selbstbewussten Prinzen. Ich fand diese Rolle spannend einfach, weil es hat für mich genau das Gegenteil von meiner eigenen Persönlichkeit. Und es ist für mich sowieso eine Herausforderung, genau das zu spielen, was ich nicht bin. Im dritten Akt muss sich Jantus in Windeseile umziehen, um in der zweiten Rolle gleich wieder auf der Bühne zu erscheinen. Da gibt es einen schneller Umzug von, ich glaube 45 Sekunden, von blind auf Orlowski. Da ist es voll im Stress. Also da hofft man, dass jedes Kleidungsstück passt und dass man nichts vergisst. Das ist die einzige Herausforderung, wo ich wirklich sage, okay, jetzt habe ich Druck. Auch Wolfgang Dosch hat diesmal etwas mehr Stress als sonst. Ranimir, einer der Hauptdarsteller, spielt die wichtige Rolle des Herrn Eisenstein. Ausgerechnet er ist bei der heutigen Generalprobe gesundheitlich angeschlagen. Der Eisenstein, der jeden Abend Probe hat, war jetzt beim Arzt gerade und hat nur Bronchitis, noch nichts auf der Stimme. Also toll, toll, toll. Ranimir probt zeitgleich zur Fledermaus noch für eine andere Produktion. So viel Einsatz kann da schon an die körperlichen Grenzen gehen. Mein Körper war einfach, ich glaube, fertig und plötzlich funktioniert nichts mehr. Natürlich, du kriegst viel Panik, weil nicht nur für mich, dass ich so viele Monate dieses Stück geprobt habe, fast jeden Tag, aber auch für meine Kollegen. Wolfgang Dosch hat für den zweiten Teil der Probe eine Lösung. Er wird jetzt die Probe machen, aber stumm. Auch wenn die Operette im Gegensatz zur Oper oft als leichte Unterhaltung gesehen wird, die Anforderungen an die Künstler sind hoch. Operette braucht eine Leichtigkeit, einen Schwung, eine Lebenssehnsucht, einen Traum, eine Lebensgier und keine Schwere. Das heißt, diese Leichtigkeit, diese scheinbare Leichtigkeit zu erreichen, das ist, wie wir wissen, das Schwerste. Ja, das ist schwer, weil du sprichst, du tanzt und laufst rumherum und noch dazu singen, stützen und alles. Und noch viele andere Sachen dazu natürlich denken. Du musst auch lustig sein, du musst auch etwas peinlich machen. Alle haben ein paar Töne, aber zu spielen und zu erleben, das ist schwer. Du musst vollgas auf die Bühne stehen und Rock'n'Roll. Das war Fledermaus und jetzt habe ich den Schöpfer, nicht den Johann Strauss, aber Herrn Professor Wolfgang Dosch hier. Bitte, wir sind ja nach langen Jahren Operette per Du, lieber Wolfgang. Servus Du. Genau, und ich habe dich ja ursprünglich als Sänger, als Tänzer, als Schauspieler kennengelernt. Ja. Wie überlegt man dann, dass man so eine tolle Position als Lehrer bekommt? Man wird älter. Ach du weißt, das ist ein Grund. Naja, irgendwann, wenn man als junger Buffo anfängt und dann, gut, ich habe alle großen Operetten Buffo-Rollen gespielt, dann kommt es zum Inszenieren, wie das unsere Altvorderen gemacht haben, dann 60 Inszenierungen gemacht und dann kam die Anfrage vor jetzt auch schon 15 Jahren, hier unterrichten zu dürfen. Und jetzt bin ich Leiter dieses Universitätslehrgangs. Das klingt ja fantastisch. Universitätslehrgang für Operette. Klingt wunderbar. Naja, das ist auch was in dem Sinn Einzigartiges, weil dieses Institut, also die MUG, europaweit das einzige Institut ist, dass sich die Kunstform, die wienerische, europäische Kunstform Operette auch ein Anliegen sein lässt. Gehört sich auch so, absolut. Für wen, ja. Du vertrittst die Tradition. Ja. Aber nicht nur Tradition. Ich habe so gesehen, du bist eigentlich ein sehr modern denkender Regisseur. Es soll nicht stehen bleiben, so irgendwie, sondern es soll auch weitergehen. Ja, natürlich. Modern oder alt, finde ich, gibt es nicht. Es gibt gut und schlecht oder gescheit und weniger gescheit. Ich bemühe mich, relativ gescheit zu sein, soweit es möglich ist. Natürlich, jede Operette wird man heutzutage, wie das blöde Schlagwort ist, entstauben müssen. Ich glaube, dass man nicht jedes Stück, es muss auch keine Oper sein, unbedingt ins Heute holen muss. Dadurch muss es nicht besser werden, kann besser werden. Mir ist wichtig, dass Menschen auf der Bühne erlebbar sind mit ihren Problemen, mit ihren Anliegen, mit ihren Beziehungen. Es gibt ja Menschen, die immer bei der Operette ein bisschen sagen, naja, Operette. Ich weiß, was ich darauf antworte, die kennen die Operette nicht. Die ist ja, jeder Opernsänger sagt, sie ist schwerer gewesen zu singen, zu spielen, wie eine Oper. Aber was ist deine Meinung? Nicht nur die Sänger sagen das, sondern auch Dirigenten. Also es gibt den Ausspruch von Savalisch, wissen wir das. Knappertsbusch hat gesagt, er hat einmal als junger Buur in Zürich die lustige Witwe dirigiert, dann hat er es nie wieder angegriffen. Aber es ist eben schwierig, weil es eine Kunst, wie jede wienerische Kunst, der Zwischentöne, der Modulationen, der Feinheiten, der, wie Robert Stoltz gesagt hat, der Rubati. Es gibt überhaupt kein einziges Tempo, das durchgeht, sondern es changiert wie die Wiener Seele. Aber ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, was ist der Unterschied zwischen Oper und Operette? Ich muss dich als Fachmann fragen. Es ist eine Theaterform oder eine Musiktheaterform, die zu einem Großteil auf Tanzrhythmen basiert. Das heißt, die Musiknummern sind zu 90 Prozent Tanzmusik. Das heißt, es muss beswingt sein. Und da kommen wir zu dem großen Dirigenten Hanon Kour, der gesagt hat, eigentlich gibt es ja nur Tanzmusik. Und der beste Barocksänger wäre für ihn Frank Sinatra, weil es da swingt. Und wir nehmen Operette, sieht man heutzutage oft, so ernst genommen. Wir nehmen es jetzt wirklich ernst, bis es tot ist. Ja, aber du machst doch Regie auswärts. Ja, natürlich. Also du bist nicht nur Lehrer, das wäre zu wenig für dich. Das wäre mir zu wenig. Ja, genau. Nein, ich habe ungefähr 70 Inszenierungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gemacht. Zuletzt gerade Tschaderschfürstin in Trier oder Kaschufoll in Zwickau. Ich habe da gesehen, Fledermaus, ist das die letzte Inszenierung? Fledermaus war die letzte Tat mit dem letzten Lehrgang. Also der Universitätslehrgang Bau ist ursprünglich zwei Semester. Erste Semester versuche ich allen einen Überblick über die Kunstform Operette zu geben. Und auch, was ist das persönliche Repertoire? Dann gibt es Forschungsschwerpunkte. Unser nächster ist 1938 Operette zum 2018er Jahr, 40 Jahre Anschluss. Was ist 1938 mit Operette passiert? Und Ende des zweiten Semesters ist dann die ganze Operette mit Orchester, mit Ausstattung und so weiter. Und das war eben zuletzt die Fledermaus. Ich glaube, wir schauen uns jetzt ein Stickerl an. Schauen Sie sich das an. Die Studierenden des einjährigen MUK Operettenlehrgangs haben sich als Abschlussarbeit kein geringeres Stück als die Fledermaus ausgesucht. Der Operettenklassiker hat in zwei Tagen Premiere. Und Regisseur Wolfgang Dosch gibt alles, damit die Studenten die vielen Herausforderungen bis zur Aufführung meistern. Was ich weitergeben möchte, ist grundsätzlich Liebe, Leidenschaft zum Theater und speziell zur Operette. Er ist so ein energetischer Typ. Ich meine, ich liebe Wolfgang Dosch dafür. Wie er das alles zum Leben bringt und wie er das einfach weitergibt. Und ich finde einfach seine Methode vom Unterricht und Regie ist einfach koragend. Vorsichtig, vorsichtig. Zuerst lebt er diesen Beruf. Und er schenkt uns jeden Tag, jede Sekunde das ganze Herz. Er macht alles von dem ganzen Herzen. Ja, von offener Seele. Diese Menschen existieren vielleicht eine von Millionen, Milliarden. Ein solches Mensch kann man treffen im Leben. Bravo. Bitte bleibt. Roberto macht vielleicht Kritik. Wenn du wo rauf gehst auf eine Bühne, dann musst du was wollen. Sonst geh weg. Es gibt Generationen von Sängerinnen und Sängern, die es vielleicht besser können und was wollen. Also Leidenschaft ist das Erste. Heute Abend ist es soweit. Die Fledermaus hat Premiere. Die jungen Künstlerinnen machen sich bereit für ihren großen Auftritt. Interessant, ja. Ich muss sagen, ich bin schon nervös. Weil das Niveau vom Stück ist sehr hoch. Es ist ein sehr bekanntes Stück. Und wenn irgendwas schief läuft, dann weiß das Publikum das. Und ich glaube, da hast du viel weniger Chancen, das zu retten. Ja, ich hab auch. Ja. Ja, jetzt bist du sicher. Super. Jetzt geht es nicht auseinander. Danke. Wenn man wirklich was erreichen will, wenn man einen Plan hat, was ich mit meiner Rolle, mit meinem Bühnenleben erreichen will, dann weiß man, was man zu verlieren hat. Und dann ist man gespannt und auch nervös. Früchtsaftlikör. Zur Beruhigung gibt es eine gute Nachricht. Pranimir kann heute auftreten. Die Arztempfehlung von Wolfgang Dosch war goldeswert. Ich war bei diesem Arzt und er hat mir gesagt, ja, du bist ein bisschen müde und so. Und er hat mir etwas stark gegeben und ich war ganz fit. Die Vorstellung läuft gut, die Studierenden legen sich ins Zeug und zeigen auf der Bühne ihr ganzes Können. Den Regisseur entspannt das aber noch lange nicht. Ich bin sehr nervös hinter der Bühne. Ich bin einer der Regisseure, die nicht im Zuschauerraum sitzen. Ich muss gegen eine Wand treten können. Ich muss rumgehen können. Es gibt viele Regisseure, die sagen, das hat jetzt mit mir nichts mehr zu tun. Ich will dieses Elend nicht sehen. Das schaffe ich auch nicht. Natalia tritt in der Rolle des Stubenmädchens Adele auf. Eigentlich etwas von Adele gibt in mir auch. Diese Pfiffigkeit ein bisschen, ja. Aber von dem guten Sinn, nicht von dem schlechten Sinn, meinte ich. Für Natalia ist es also eine ganz besondere Rolle. Der große Traum der Bühnenfigur Adele ist es nämlich, einmal am großen Theater engagiert zu werden. Die gewinnt. Deswegen das Gesetze. Und die wird beim Theater schon engagiert. Wie ich eigentlich. Ja, deswegen. Das ist eine Schicksalsrolle auch, ich denke. Für mich. Kann man also auf den großen Opernbühnen dieser Welt bald auch mit Natalia rechnen? Ich habe einen Plan, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder nicht. Ich denke, das bleibt noch Geheimnis. Aber ja, es gibt schon Pläne und es gibt so viel Arbeit vor meiner Nase steht. Viel geplant. Aber muss ich, ich denke, noch stumm bleiben. Trotz des sich anbahnenden Erfolges bleibt Natalia bescheiden. Das ist meine Leidenschaft von der Kindheit. Ja, das ist so, was ich kann. Ich denke, mindestens ich denke, dass ich so etwas kann. Bringen den Menschen, ja. Dass die Menschen lachen, gute Laune schenken, ja. Und Hauptsache, ich denke, dass es so etwas Gutes bringt. Für andere Menschen. Ich liebe Leute zu unterhalten und die glücklich zu machen. Und ich glaube, auf der Bühne habe ich diese Möglichkeit, das immer wieder zu tun und das anderen zu ermöglichen, glücklich zu sein. Und ich hoffe, als Künstler, dass ich das immer wieder tun kann. Kurz vor dem großen Finale steht Jantus noch der schnelle Umzug am Gang bevor. Alle Handgriffe müssen sitzen. Eine Verzögerung würde den Ablauf badentlich durcheinander bringen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass der Umzug auch am Ende ausgegangen ist. Genau, rechtzeitig. In knapp drei Stunden ist die berühmte Fledermaus über die Bühne gegangen. Oh Gott, es ist so ein großartiges Stück. Und das ist wirklich ein Traum für mich, diese Rolle. Und ich bin so happy. Es ist alles gut gegangen, oder? Und wer weiß, vielleicht wurde heute Abend auch das eine oder andere Talent entdeckt. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Große Dank. Vielen, vielen, vielen. Mit ihrem Talent, mit ihrer Stimme, mit ihrem Charme, mit ihrer Männlichkeit. Oh, vielen, vielen Dank. Grüße für Barbara. Ganz einfach. Eines jedenfalls ist sicher. Die Studierenden sind an diesem Operettenabend einen großen Schritt weitergekommen. Ja, natürlich viel Spaß. Das war eine super Arbeit mit dem ganzen Team, das wir gemacht haben. Und ohne Unterstützung uns einander, wir konnten nichts mehr machen. Ja, jeder Einzelne kann nichts, nur ein Team. Ja, Teamarbeit kann etwas bringen. Und wir haben, ich denke, das sehr gut gemacht heute. Und jetzt, meine Damen und Herren, etwas ganz Tolles. Wir machen einen Ausflug ins Kunsthistorische Museum und lassen uns inspirieren von Bewegung und Tanz der Weiblichkeit. Eine halbnackte Frau wird bald sterben. Die Giftschlange beißt in ihren Arm. Mehrere Zeuginnen begleiten Kleopatra, die ägyptische Königin, in den Tod. Das Bild heißt Der Selbstmord der Kleopatra. Der Italiener Guido Cagnacci hat es 1662 fertiggestellt. Gemalt also aus einer männlichen Perspektive. Also Geschichte wird gemacht. Genauso werden auch Bilder gemacht. Und alles, was wir sehen und interpretieren und dann nach außen hin materialisieren, also der Welt, in der Welt eine Gestalt geben, ist letztlich davon abhängig, wer wir selbst sind. Die Neutralität, die Objektivität, die gibt es nicht. Die Darstellung weiblicher Figuren in der Kunst ist das Thema bei der Inszenierung Ganymed Female im Wiener Kunsthistorischen Museum. Verschiedene Künstlerinnen setzen sich hier mit dem weiblichen und männlichen Zugang im künstlerischen Schaffen auseinander. Nachdem Frauen oder Queers, Bisexuelle, Transsexuelle, Intersexuelle, Lesbien, Homosexuelle und Männer sich anders entwickeln, eine andere Lebensgeschichte haben, verändert sich einfach auch der Blick auf die Welt und auf die Dinge, wie wir sie interpretieren. Esther Balfe und ihre Studentinnen der Musik- und Kunst Privatuniversität beschäftigen sich in der Tanzperformance Passage mit dem Gemälde der sterbenden Kleopatra. Beim Selbstmütter Kleopatra haben wir uns viel beschäftigt mit dem Trost, mit der Trauer, mit der Angst und diese unterschiedlichen Zustände vor dem Tod. Die haben wir versucht ein bisschen zu beschreiben mit unseren Bewegungen. Hätte es eigentlich anders ausgesehen, würden in der Performance nur Männer tanzen? Ich glaube, da wäre der Ausdruck ein anderer gewesen. Also diese Bewegungen waren sehr anschmiegsam, sehr weich. Ich denke schon, dass wir vielleicht nicht naturgegeben, aber eher sozialisiert eine andere Körpersprache haben, je nachdem zu welcher Gattung wir gehören. Also das denke ich schon. Trotzdem, nur in den beiden Kategorien Frau und Mann zu denken, greift vielleicht zu kurz. Also es gibt viel mehr. Jeder Mann ist auch Frau, jede Frau ist auch Mann. Und dazwischen gibt es die ganze Diversität einer unendlichen herrlichen Vielfalt. Die Suche nach dem Weiblichen in der Gemäldegalerie war übrigens an allen Terminen ausverkauft. Vielleicht ist ja dort eines Tages auch von alten Meisterinnen die Rede. Meine Damen und Herren, das war die Sendung Lampenfieber. Ich darf mich sehr herzlich bedanken bei Herrn Professor Wolfgang Tosch bis zur nächsten Insanierung. Und jetzt, Sie wissen schon, jetzt kommt das Musikzuckerl. Ich bin sehr gespannt. Ich habe euch die Sendung Lampenfieber, knappe mit mir. Und dann, Sie wissen, dass ich die Fähne wieder habe. Und dann etwas Schmerzeber. Ich bin sehr sicher. Ich bin sehr sicher. Ich bin sehr sicher. Ich bin sehr sicher. Aber das ist eh ein bisschen gut. Es geht einfach. Ich bin sehr sicher. Ich bin ganz klar. Ich bin sehr, nicht drüben. Ich bin sehr sicher. Ich bin sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020